Erheben Sie sich. Sie sind hier, um die Wahrheit zu ermitteln. Fragt sich Ihre Frau nicht, wo Sie bleiben? Sie vertraut mir. Es hat nichts bedeutet. Es war nur Sex. Da ist noch mehr. Wir hätten ein paar Fragen an Sie. Sie hat Anzeige erstattet. Vergewaltigung. Ich schwöre, dass ich in meiner Aussage die Wahrheit... ...die ganze Wahrheit... ...und nichts als die Wahrheit sagen werde. Hast du's getan? Irgendjemand lügt hier. Ja. Habe ich den gerade vor mir? Oder nein? Ich kenne meinen Mann. Daddy, ihr seid betrogen! Einer von beiden lügt. Er ist ein guter Mann. Er ist ein Mann. Noch niemals passiert? Mr. Whitehouse. Ich habe Dinge schleifen lassen. Kleinigkeiten summieren sich. Du schuldest es mir. Weißt du, deine Geschichten... ...sind immer wieder anders. Sophie! Es war das, was wirklich alles уп Baltimore. Meine Häuser. Nepsen ich mache mir. Nein. Oh, Gott. Döra!